Huuhu. Und damit herzlich Willkommen noch mal zu Ice Cream 4. Es gibt einen Official Mod, der richtig richtig schwer sein soll. Ich würde sagen, jetzt passen wir mal auf. Nicht mal auf geil, machen wir mal auf. Wir können mal auf Normal gehen. Grafik hoch, hoch. Wir brauchen kein Tutorial. Wir können Intro überspringen. Schauen wir mal, wie schwer der Mod wird. So, so weit schauts. normal aus. Ha, ich spiele auch auf normal. Also, pass auf. Wie ging das gleich wieder alles? Zack. Zack. Wir haben fünf Bömble. Ähm. Da ist der. Ich hab das irgendwie... Ja, okay, legit hab ich das schon mal gemacht. Hi, Mini-Rotter. Tschüss. Aha. Jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg. Prupp. Prupp. So. Überspringen. So. Okay, und... Was ist jetzt bitte dran? Anders? Also, ich hab mitgekriegt, das soll schwer sein. Das hab ich mitgekriegt, aber das war's doch schon wieder. Eine Trophäe, ja, für den besten... Ah, ja, ja, ist mir klar. Ich hab natürlich Thingamajacks nicht, das hab ich ja auch. Das müsste ich jetzt theoretisch nicht machen. Hey! Hey, 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 wie schaffst du aus? Nein! Der ist so ein Brillitz! Ja, ich weiß, ich hab noch zwei Versuche. Ja, also. Wir haben jetzt drei Rots und wir haben zwei Bulls. Das ist... Ne? Okay, das wird interessant. Das muss ich fast mal... Loll, ja. Äh, wo ist... Wo da? Hallo! Gib... Gib mir mal den Schlüssel. Ähm. Wie krieg ich... Waaah! Wie krieg ich von dem wieder den Schlüssel? Wie krieg ich schon den im Schlüssel? Hat er den nicht sogar... Ne. Äh. Woll. Wie komm ich hier gleich wieder raus? Äh. Jetzt hab ich ein kleines Problemchen. Wie komm ich hier gleich wieder? Ja. Ah! Okay, das sind schonmal zwei Rots. Ich weiß nicht, lesz was vielleicht auch leicht nur machen. Das wird vielleicht ein bisschen... Ey. Ähm, 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 nein. Geht's weg? Ich hab so Glück von... Fünf... Wömble. Nur für den Fall des Falles. Jesus. okay okay ich habe eine bombe also so helllich aufpassen jetzt ich will mich gar nicht so weit bewegen okay da ist einer seiner und nummer zwei very nice ich habe wie lange sie weg sind okay 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 Das blöde ist, dass wir die Trophäe mitnehmen sollen. Das ist blöd jetzt. Alles Eis. Warte. Wo ist die Trophäe gleich wieder? Ist das blöd, wenn die auf einmal aufstehen? Als was, ich nehme das jetzt mit. Tschüss. Weg, 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 weg. Du stehst nicht auf. Nein, nein, nein. Nein. So. Einmal. Zweimal. Perfekt. Weg mit dir. Okay, wir haben jetzt ein Part geschafft. Mit drei Rots. Okay. So weit, so gut. Ja, ja, du kommst dir, ist so klar. Bleibst weg. Okay. Ja, weil nur noch ein Bömble. Das ist blöd. Oh, da hab ich schon nicht gesehen. So, okay. Wir sind jetzt fast im Museum. Das ist schon mal, also ich bin weitergekommen, als ich dachte. Ja, zum Glück hab ich auch meine fünf Bömble gehabt. Weiß ich nicht, ob der jetzt daher marschiert? Ich würde gerne ins Museum gehen. Die Rots müsste jetzt auch hier rum marschieren. Ja, ich wusste nämlich, dass der jetzt herkommt. Deswegen hab ich gewartet. Ja. Boah. Man kann auch mal warten. Das ist doch ein bisschen lang. Geh in die Richtung, will ich halt, weißt. Wehe, du machst hier auf. Ich sagste, Kollege. Ich hab nur ein Bömble. Okay, er geht weg. Geht das gerade aus? Oh. Das war jetzt blöd. War blöd. Das war saublöd. Oh, hi. Hi. Äh. Lol. Das ist noch niemand. Hallo? Das ist wieder schnell da rein. Okay. Ich glaub, se Luft ist rein. Nein, ist sie nicht. Hey. Oh, 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 oh. Problem, Problem, Problem. Problem. Das ist schwer. Ein Versuch noch. Also, es ist definitiv schaffbar. Definitiv. Es ist halt nur unglaublich schwerer. Weil du hast drei Rots. Und zwar mit Boris. Und ich hab kein... Ja, ich hab keine Bömble mehr. Das ist halt jetzt blöd. Krieg ich jetzt von ihm den Schlüssel? Muss ich? Muss ich? Kann ich? Darf ich? Soll ich? Hallo? Achtung. Äh, nee. Das Schloss ist sehr abgenutzt. Das ist schön für dieses Schloss. Ähm. Will ich ein bisschen rumrötteln? Oh Gott, ich hab Boris schon wieder. Boah, bleib mir doch weg, hey. War das nicht so das Schloss irgendwann? Abfällt? Ach, nee, noll. Leibstift. Leibstift. Ich will es nicht wecken. Ich mein, ja, ich könnte mir wieder Bömble beschaffen, aber ich weiß nicht, ob das mir jetzt so viel... Also, es hat mir gut weitergeholfen. Ich hab nur nicht aufgepasst, dass hinter mir dann Rod war. Weißt du? Gehst du mal weg? Ich könnte die Bömble aktivieren. Aber ich weiß nicht, ob ich's will. Ich hab nämlich jetzt einfach mal gar nichts mehr. Das ist das Problem. Ich muss halt nur einfach schnell dann wieder... Gott, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Das ist der eine Rod. Äh, der Boris. Und die anderen zwei Rords müssen auch irgendwo rummarschieren. I think... Das ist ein bisschen tricky. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich meine, ich weiß eh, dass ich verlieren werde. Also ich habe so ein Gefühl, weil ich habe keine Bömbel mehr. Nein, du nicht! Okay. Oh, das ist blöd. Ah! Nein, 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 jetzt kommen sie alle! Ja, wobei, vielleicht kann ich sie da hinlocken. Vielleicht kommen die von der Richtung, das wäre gar nicht so verkehrt. Och, Leute. Leute, wo geht's denn da lang? Ach ja, Leute. Uhu! Intruder! Intruder! Ja, Intruder. Ich will die hier Ratsherr locken, weil es damit ich irgendwie sicherer rüber kann. Klappt aber nicht. Hä? Ich habe ja keine Waffe, weißt du. Gehst du? Ja. I have no Waffe! Das ist blöd. Busy. Ah! Boah, es geht auf die Nerven her. Aber es könnte ich auch von einer anderen Richtung rennen. Ja. Waffe! Oh Gott, das Winn! Okay, das muss ich auch. Okay. Woo! Hey, der war knapp. Aber jetzt kommt der andere wahrscheinlich, der dritte. Im Bunde. Hier hat nämlich noch einen vor mir. Einen Rod. Da ist nochmal drei. Da ist nochmal drei. Das ist blöd jetzt. Das ist sehr blöd. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh. 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 Okay. Oh, das war ein guter Run. Das war ein guter Run. Das war echt ein guter Run. Aber sauschwer. Ja, hört mal auf. Kommt da noch was? Ähm. Sollte das? Äh. Not sure. Ob da jetzt ein Ende noch kommen soll. Und Game Over? Äh. Ich denke... Ich sollte jetzt was triggern. Hab ich's kaputt gemacht? Probably. Okay. Ich denke, da lass ich's gut sein mit der Mod zu Ice Cream 4. Was ist so ein Entwicklermode? Äh. Hardcore Difficulty. Was weiß ich was. Drei Rods und zweimal Boris. Ist auf jeden Fall schaffbar. Joa. Es ist schwer. Aber was hat die denn von der Mod? Schreibt's mir ja unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht's im nächsten Video wieder. Macht's gut.